Ja, mein Name ist Dario Gabriel, ich habe eine Performance-Marketing-Agentur in Berlin. Eine Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit mit Robert war, dass ich einfach normal logischerweise meine Buchhaltung gemacht habe, mir natürlich meine Zahlen angeguckt habe, aber ich habe mir nie zusammen mit jemandem, der tatsächlich Einblick in mehrere Agenturen hat, tatsächlich meine Finanzkennzahlen angeguckt. Das heißt, ich hatte nicht immer vollste Klarheit darüber, welche Zahlen jetzt wirklich gut sind, was ein guter Standard ist, was auch, wenn es um das Thema Personalkosten geht, haben mir einfach viele Referenzwerte gefehlt. Und in der Zusammenarbeit mit RG Finance habe ich da eben eine deutliche Klarheit bekommen, was es bedeutet, Finanzkennzahlen sinnvoll auszuwerten und was überhaupt ein Benchmark jetzt für mein Geschäftsmodell und auch für meine Branche ist. Und insbesondere auch die Prozesse im Finanzbereich, sei das jetzt in der Buchhaltung oder in der Auswertung, haben mir besonders im Coaching geholfen, die Prozesse auch in meiner Administration deutlich zu verbessern, um da eben aktuelle Zahlen zu haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch als Unternehmer. Kann ich mir den Mitarbeiter jetzt leisten? Kann ich es mir leisten, ein größeres Office zu ziehen? Gerade auch, wo die Engpässe jetzt im Unternehmen liegen, weil das man oft an den Kennzahlen erkennen kann. Und da muss ich sagen, hat mir in der Zusammenarbeit da auf mehreren Ebenen eben die Prozesse als auch die Klarheit der Zahlen super geholfen. Wenn ich die Zusammenarbeit mit RG Finance beschreiben würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, absolut transparent, super ehrlich und immer sehr professionell, weil wir ja hier auch über die Finanzthemen sprechen. Und das ist ein Bereich, da sollte man sich keine Patzer erlauben. Da muss man einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die ihr Handwerk verstehen, weil da geht es nicht um Bauchgefühl, da geht es nicht um Entscheidungen, die keine Konsequenzen haben. Und da ist eben die Zuverlässigkeit als auch wirklich die Offenheit und Transparenz von RG Finance einfach ein extrem wichtiger Punkt, den ich sehr wertschätze. Im deutschen Markt sehe ich eigentlich keine Alternative zu dem CFO-Service von Robert, weil RG Finance, das komplette Team, als auch Robert haben Einblick in so viele Agenturen aktiv oder auch gehabt. Deswegen hat RG Finance so gesehen, dass den tatsächlichen Einblick, was im Markt passiert, weil sie tatsächlich Marktführer in dem Bereich sind, also so nehme ich sie zumindest wahr. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, okay, da war die Entscheidung klar, weil ich arbeite eigentlich nur mit den Besten zusammen und deshalb hat sich das dann dementsprechend auch so bestätigt und ich kann meine Entscheidung, würde ich absolut wieder so treffen. Die Zusammenarbeit kann ich an jedes Unternehmen empfehlen, was Wachstumsambitionen hat. Das heißt, auch wenn du ein Shop bist, ja, ich bin jetzt persönlich eine Agentur, aber auch wenn du in anderen Branchen bist, ich glaube, mit den Personen, mit denen ich hier heute auch am CFO-Day gesprochen habe, hier sind diverseste Geschäftsmodelle dabei. Und ich glaube, was hier wirklich alle Teilnehmer und auch im Coaching, was wirklich alle verbindet, ist eben, dass diese Wachstumsambition da ist, dass es eben auch Wachstumunternehmen sind und jetzt nicht einfach nur, ja, Unternehmen, die seit Jahren eben die gleichen Umsätze machen, jetzt nicht wirklich Ambitionen oder auch das Ziel haben, Verbesserungen oder Wachstum zu erzielen. Und deshalb würde ich jedem Wachstumsunternehmen die Zusammenarbeit wärmstens empfehlen.